Heute zeige ich euch, wie ich meinen Bart trimme, respektive meinen Übergang hier an den Seiten trimme, da ein Fade rein mache. Und das tatsächlich nur mit einem Philips Womblade. Zusätzlich nutze ich auch noch diese kleine Rundbürste für den Bart und zur Pflege natürlich auch noch ein Bartöl. Alle Produkte findet ihr natürlich auch wie immer unten in der Infobox verlinkt. So sieht mein Bart aktuell vorher aus. Ich habe den jetzt ungefähr so circa zwei Wochen wachsen lassen und es wird tatsächlich Zeit, dass ich mein Bart jetzt mal wieder trimme. Der erste Step ist relativ easy. Ich nehme jetzt mal den Philips Womblade ohne Aufsatz und mache es mal meinen Hals sauber. Im Step Nummer zwei habe ich immer noch keinen Aufsatz drauf und mache jetzt hier die Konturen an den Seiten als auch hier an dem Schnurrbart. So, den Bart ein bisschen abgebürstet und jetzt kommt im nächsten Step der 1mm Aufsatz auf den Philips Womblade drauf. Und damit dünne ich jetzt erstmal hier vorne mein Schnurrbart aus. An dieser Stelle auf jeden Fall sehr vorsichtig agieren, damit man nicht zu viel wegnimmt vom Schnurrbart, sondern den tatsächlich nur ausdünnt. Jetzt geht es weiter mit dem Übergang. Der 1mm Aufsatz bleibt auf dem Philips Womblade drauf. Ich starte jetzt an der Ohrmuschel und trimme dann hoch nach oben. Jetzt kommt der 3mm Aufsatz auf dem Philips Womblade drauf und ich starte jetzt ein bisschen weiter unten und zwar ungefähr auf Höhe des Ohrläppchens. Jetzt geht es weiter mit dem 5mm Aufsatz und auch hier starte ich jetzt nochmal wieder ein Stück weit da unten ungefähr so auf dem Kieferknochen und rasiere auch ebenfalls wieder ein Stück weit nach oben. So, im nächsten Schritt werde ich meinen Bart jetzt grundsätzlich einfach ein bisschen ausdünnen. Lasse dazu auch erstmal den 5mm Aufsatz drauf und rasiere bzw. trimme jetzt schön nach unten, um einfach ein bisschen Fülle aus dem Bart herauszunehmen. Und genau an dieser Stelle ist es ganz gut, so eine Rundbüste zu haben, um die überflüssigen Stoppeln, die langsam abfliegen, einfach ein bisschen wegzubürsten. Zum Schluss kommt der 5mm Aufsatz nochmal ab und jetzt gehe ich nochmal über meinen Bart drüber, mache die Feinheiten, schaue, wo nochmal ein Barthaar übersteht und mache hier auch nochmal schön die Linie gerade und alle überstehenden Haare werden da weggetrimmt. Abschließend kommt jetzt natürlich noch ein bisschen Bartöl zur Pflege rein und jetzt schauen wir uns mal den Vorher-Nachher-Vergleich an. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video ein bisschen weiterhelfen, wenn es um das Thema Bart-Trimmen und Übergang-Trimmen geht. Die Produkte, die ich verwendet habe, findet ihr unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim Bart-Trimmen.